In meinen jungen Jahren habe ich eine Freundin gehabt, wo der Papa auch im Wald war und da habe ich öfter mitgedreffen und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Es war immer schon eine große Leidenschaft von mir, dass ich nach meiner Lehre als Maschine schloss, irgendwann einmal im Wald lande und da bin ich jetzt mittlerweile seit 30 Jahren. Der Lebensraum im Wald hat für uns alle eine große Bedeutung. Natürlich für mich als Forstmann die forstliche Seite, für den Jager die jagdliche Seite und auch für den Naturnutzer, der zu Erholungszwecken im Wald geht, ist gleich wichtig. Wir machen da heute Schadholz und zwar ist das vom Borkenkäfer befahrenes Holz. Es ist schon ein relativ altes Holz. Das hat es natürlich nicht mehr geschafft, den Borkenkäfer abzuwehren. Darum nutzen wir das jetzt so schnell wie möglich, damit wir es noch eilig verwenden können. Wir haben die Bäume ausgezogen, haben sie heraus und dann auf bestimmte Längen abgelenkt, was wir vom Sägewerk vorgegeben bekommen haben. Das Holz wird jetzt sicher in den nächsten ein, zwei Tagen gleich abgekühlt, wird verarbeitet zu Balken und Kantholz und wird wahrscheinlich nächste Woche schon ein Tag von Regen schützen. Diesen Kran, den 120er, den habe ich jetzt fünf Jahre auf dieser Maschine drauf. Ich habe allerdings schon seit über 15 oder Y-Kran in Einsatz, weil das ist ja nicht mehr erst der Kran. Der Kran passt einfach perfekt auf diese Maschine auf, der hat Unmenge an Leistung, ist aber doch nicht ein Rahmen, dass er die Maschine nicht zerstört. Also ich habe auch auf den 120er-Kran den größten Greifen auf Y-Kran drauf, weil der für mich einfach optimal ist, weil der eine Unmenge Fassungsvermögen hat, weil ich auch nicht nur Holz damit transportiere, sondern Äste und Stauden. Der hat eine riesen Leistung und gibt eigentlich überhaupt keine Probleme damit. Sonders gut gefällt mir einfach, dass es total robust und einfach gebaut ist. Ich habe an dem Kran eigentlich so gut wie noch nie irgendwo einen Schraufen außer Draht oder einer Draht. Er funktioniert immer, ist für mich einfach die beste Maschine, was derzeit im Offroad-Bereich unterwegs ist. Einduktionsvermögen. Vielen Dank.